Der hol ich schon noch ein. Du hättest dein Velo auch lieber beim Bike Store gekauft. Willkommen im The Bike Store. Wir beraten Sie gerne bei der Wahl Ihres Velos, der passenden Spottbekleidung, des Zubehörs, der Ersatzteile, stellen ein Fahrrad auch nach Ihren Wünschen zusammen und führen in unsere Werkstatt Veloreparaturen aus. Mit Bodyscanning ermitteln wir die genauen Einstelldaten, damit Sie zu dem perfekt auf Sie zugeschnittenen Zweirad kommen, bestens abgestimmt auf Ihre Größe. Auf einer Ausstellungsfläche von 350 Quadratmetern finden Sie ein grosses Sortiment an Fahrradzubehör und Bekleidung sowie über 300 Fahrräder verschiedenster Marken, Grössen und Farben. Fahrräder für alle Altersklassen, vom Gelegenheitsfahrer bis zum Spitzensportler. Schauen Sie einfach mal rein. Entdecken Sie Ihres Traum-Velo. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. The Bike Store für Beratung, Vermietung und Verkauf von Fahrrädern mit einer eigenen Werkstatt für Reparaturen von Velos aller Marken. Herzlich Willkommen! Wie lange Forsing! Eternatus also über diesen Ölgern minimvilzen